Aufpassen, aufpassen, ne? Ein bisschen weit rausgekommen, der Bursche hier, wa? So, was ist das denn da? Unsere Fahrschule. Unsere Fahrschule, sagt er. Also ich dachte immer, das wäre meine, aber okay, den teilen wir uns die, ist in Ordnung. Ja, siehste, so kontrolliert man seine Mitarbeiter, ne? Na, und wo ist der Blinker? Aha! Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. So, guck mal hier, sind das deine Kollegen hier, oder was? Ich hab schon die Pferde. Du hast Pferde? Ich hab Angst vor denen. Sag mal Moin. Moin! Ja, die reagieren gar nicht, ne? Hey! Immer noch nicht. Ja, die sind aber stumpf, du. Na ja, guck mal, da kommen die anderen. Die anderen kommen da hinten, ne? So, schnell weg. So, schnell weg, du. Sonst, äh... 1 PS gegen 15. Mal gucken, wer schneller ist. Haha! Du Knaller, ey!